Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entschuldige er sich. Mach's auf! Du kannst nicht einfach aufgeben und dich einschließen. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ich heiße Louise. Ich möchte euer Lehrling werden. Ich hab keine Lust mehr zu kochen. Bringt es mir bei. Und sie kommt sicher wieder. Denk mich, wenn du was gefunden hast, das uns ernährt. Wenn du gute Zutaten nicht erkennst, wird aus dir niemals ein guter Koch. Ein Koch muss seinen Geschmackssinn bilden. Champignon. Wie ein Musiker sein Gehör. Rote Beelze. Ich glaube, ich hab einen Steifen. Wir müssen diesen Ort mit anderen teilen. Ein Buffet, das allen offen steht. Adlige Bourgeois und auch Bauern. Wenn wir Speisen anbieten wollen, sollten wir einen Ort des Genusses schaffen. Überall spricht man von eurem Gasthaus. Bis hin zum Schloss. Der Typ beabsichtigt, zu euch zum Speisen zu kommen. Es reicht nicht nur, essen zu wollen. Man muss auch wissen, wie man isst. Wahre Kochkunst ist nicht für Normalsterbliche. Ich verlange, dass ihr euren Gasthof postwendend schließt. Vergiss, Schaufer und seinesgleichen. Die Welt verändert sich gerade. Bei uns sind alle Gäste Könige. Und was ist das? Das sind gebratene Stäbchen aus Kartoffeln. Mal was anderes. Das wird nie ein Erfolg. Das wird nie ein Erfolg.